Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Amtsgamern und Fractured Space. Ja, wir sehen, spiele ich diesmal das Flagship. Achtung, Wasti, da kommt ein Kuleser. Boah, das sind jetzt alle Schiffe, oder? Und der Kollege Wasti hat endlich seinen Sniper gefunden wieder. Ja. Ich versuche ihn so gut wie es geht zu unterstützen. Ja, spring gleich aus, während die die voll unter Beschuss haben. Das ist immer eine gute Idee. Ja, ich bin halt sehr schlecht, was das Ding angeht. Ja, ich kann dich halt sehr schlecht verteidigen, was du, oder boah, das ist ein schnelles Schiff. Ja. Das hat ja gar keinen Sinn, dass ich da da... Was tut der Idiot da? Der ist so Fuhrbuschen. Ja, der ist so den... Die sind einen Typen noch. Der ist so Fuhrbuschen, der sich weg teleportiert hat. Ein bisschen ein besseres Visier, unter Umführungszeichen, könnte da ein Sniper haben. Ich loge sie ein bisschen aus, aber... Ich verstehe, was du willst? Nein. Ja. Ja. Ich verstehe, was du Feder vorst. Wer werden sie nicht in BOS Wie kommt. Ja, ich verstehe, was du Lyfen. Wer sind best spirulich. Wichtig operating und wie viele Eine eine Practice geadenwelle ayuda aus, wenn du flie Planet schiffst und werdet kannst. sind nie holdingzu viel. und demnächst ist mit nur ein und mit so aus oft am Ende der Map ist noch einer durchsicht sehr wenig Energie auf B2 und so wäre schon erwähnt der Kollege was die spürt jetzt den Sniper ich bin das Flaggschiff Kollege Seilbrechter er spielt den die Corvette ja den die Corvette genau diese Corvette sehr gut Drustle 3 kills ja es geht gar nicht so schlecht muss ich sagen nicht das ist ein Idiot echt nicht so jetzt nichts gegen diesen spieler sein aber das ist idiotisch wir sind jetzt komplett abletzten der konnte nicht auf zwei flagships und dann schnell damit dann dann dings los für mit einer corvette es ist klar dass das ist das tor es sind jetzt noch weiter hinten und oben jetzt ist es eben jetzt ist er gett tot er das müssen neue spieler sein oder hat mich auch nicht gewusst was er jetzt war so neben jahren er hat jetzt die dings aus egal dass das ist die detection geworden sind natürlich nichts bringt es ist so detekt ja also das flagship muss was mit mir mit flug das kennt sich einmal gut aus so wie schaut es denn bei euch auf aus das hat es nicht so gut komplett schlecht der eine was da war der ist die ganze zeit nur abgeholt für die gegner wie als healer habe ich ihm die ganze zeit gekeilt dass er mich nicht gestört ich bin auf gamma die holen ab zwar zu uns zu holen das wird sein durchbräu das ist erinnert Soll die zurückfliegen? Fliegt doch immer zurück, ja. Soll die zurückfliegen? Oh, ich mach 2.000 Schaden. Bist du, was war denn da jetzt los? Der ist gejumpt. Okay. Wer denn? Gehen wir auf Alpha. Soll ich in B bleiben, oder soll ich mit Alpha kommen? Ich glaube, du kannst zurück. Geh auf B. Geh auf B, das passt schon. Geh auf B. Ich meine, du kannst auch auf A gehen, oder? Weil A ist ja noch freier. Eigentlich von der Sicht her. Ist eigentlich der Sniperpoint, oder? A. Wie fast so. Ich glaube, das ist immer unterschiedlich, oder? Naja, die anderen... Ja, was kommt immer davon? Ich meine, gegen Hunter ist so immer schwer. Weil wenn ich mir was sich die Statistik so anschaue... Wir haben die Station. Du musst auf mich züllen, wenn du... Ja? Den Strahl. Also nicht züllen, sondern du musst auf mich richten. Den... ...healingen Strahl da. Ich glaube, ich weiß nicht wie weit es geht. Ich glaube, 12 Kilometer geht der Strahl, oder? Ich weiß ja, ca. 12 Kilometer. Ungefähr. Also du musst da jetzt nicht immer am vordersten von ziehen, sozusagen. Ich meine, jetzt ist es egal, weil du hast ja keiner anscheinend. Du bist nicht alle beim B. Das sind alle bei mir und das Problem ist, dass die sich immer hinter die Schilder verstecken. Dass die irgendwie gleich mal von der Seite angehen werden. Ja, bei dir ist eh noch einer drüben. Okay, jetzt ist einer da passt. Ähm... Kannst du links auferflären, Sarwander? Ja. Weil für mich der Ort ist viel zu lang, wie du um bist. Du hast noch mehr WD. Hm? Du hast noch mehr WD. Du hast noch mehr WD. Ja, ja. Aber trotzdem. Sonst brauchst du nur in der Mieten holen. Ich hab dann immer hin und her, aber wenn alle drei halt das schon geil. Hinten ist einer. Du hast schon gesehen, ne? Ein Force heißt das. Ja, das ist ein Hunter. Hoppala, wenn ich mich dort kriege. Ja, du kannst... Ja, dann hat er dir automatisch. Du musst mich da ein bisschen extra greifen. Der ist jetzt nicht... Wir haben das jetzt shutt, dauernd... ...disabled und alles gewöhnt. Jawohl. Ich weiß nicht, aber... Weißt du, was wir damit machen können? Das hab ich letztes Mal... ...haben wir das mit einem... ...random Guy gemacht. Ich bin reingeflogen mit einem Flagship... ...in die Base... ...und er ist mit seiner... ...mit seiner Corvette draußen gewesen und hat mich die ganze Zeit gekeilt. Hm, pass auf, da drüben gehst dann aber. Fuck, ich spring schon in die neue Reppe. ...weiß... Also nicht einfliegen, ne? Ja. Wenn du so wenig Energie hast. Geht's hier auf... Achso, jetzt ist er schon an der Rinn. Achso, jetzt ist er schon an der Rinn. So, die dürften jetzt alle entweder in der Base sein oder in... ...die St. kam, da müssen wir in den Ausflug nehmen. Wir sind alle in der Base. Oder zumindest 3. Ja, ich weiß. Wovor du hast du noch in der Base? Wovor du leben hast du noch in der Base? Wovor du leben hast du noch in der Base? Wovor du leben hast du noch in der Base? Wovor du leben hast du noch? Lebe 30 Sekunden, respawns wird es nicht ausgehen. Wer fliegen? Privatsch. Es gibt viele gar nicht, wer sind denn? Wir sind die Clipfant. ja ich hab noch 14.000 jetzt vielleicht wird sie aus aber die nehmen ein A1 und A2 naja gut aber wenn First Run 670 U A2 ich bin unbedingt dumme alles nur AP ist ja ich brauche 20 Sekunden oder Intricot A2 ja wir können jetzt direkt an durchhupfen ja theoretisch wenn da jetzt einer vom Senne fliegt schau mal an sie ist so hoch gegangen die da hat geschehen Sehr schön. Ich bin schon wieder auf A2. Vielleicht rushen wir Olle über A2 oder was. Das sind gerade Olle jetzt. Wo sind der Team-Sprungen? Das ist eine gute Frage. Der ist ganz links. Nach links. Achtung von mir! Da kommt jetzt Arnie auf uns zu. Auf rechts neben dir. Ja, und springen! Das ist cool! Das kommt weg. Ah, an mir. Bis zu den Scheiß zu gebahnt ist. Das kommt jetzt wieder hin. Wärts um ihre PRIs. Scheiße, irgendwer muss Gamma, gell. Ja, jetzt, ich konnte hin, versetzt den, gell. Wo bin ich hin? So passt, IG Gamma. Oder kommt der jetzt Gamma, oder? Nein, warum piepst du das so? Bei uns hat Bass. Weil es jetzt bei mir aufkehrt. Ich hab gedacht, wir müssen mal Gamma holen, gell. Wieder, es hat wieder aufkehrt. Ich bleib gleich. Ja, ich kommt der, ich kommt der. Was für das Flagship ist es extrem wichtig, diese letzte Gasstufe. Du kannst einfach so schnell schielen. Scheiße, auf B2 kommt der. Ja, wir haben aber vier A12. Ich such dir einer auf. Ja, die sind durch. Der Trottel springt vor euch. Ich muss mal in die Base. Base, 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 base. Ja, ich geh zurück. Ihr geht weiter. Ich spring zurück in die Base, gell. Wenn ich die Gamma hab. Ja. Ja. Vielleicht ist einer in ihren ihren PS. Der Ström steht der Flagship drinnen. Und überall ist Einziger drüben. Ja, jetzt haben wir verloren. Nein, Alter, das gibt's ja gar nicht. Ja, das haben wir richtig scheiße gemacht. Ich hab gedacht, der andere springt zurück. Der Madara war bei mir auf Gamma, gell. Und dann hab ich gesehen, dass unten der das einnimmt. Dann wollte ich schon auf B zurückspringen, gell. Ja. Und dann ist der auf die andere Seite umgesprungen. Ah, schade. Also, dass wir das jetzt versemmelt haben. Das ist echt, das ist echt schade. Das war richtig schlecht von uns. No, das haben wir nicht gut gemacht. Naja, gut. Ich darf sagen, das war richtig schlecht von euch, weil ihr braucht Null. Schaut euch das dazu an. Und mit diesen schönen hensaschen Worten verabschieden wir uns nun wieder. Wir wünschen eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.